Das hier ist ein Hammerhai, eines der einzigartigsten Kreaturen im Ozean. Wusstest du, dass Hammerhaie ein Sichtfeld von 360 Grad haben? Ihre Augen sind an den Enden ihrer breiten, flachen, hammerförmigen Köpfe positioniert, was es ihnen ermöglicht, in alle Richtungen zu sehen. Aber das ist nicht alles. Hammerhaie sind auch ausgezeichnete Jäger. Ihre einzigartige Kopfform ist nicht nur zur Schau. Sie hilft ihnen, den Meeresboden nach Beute abzusuchen, einschließlich nach Stachelrochen, Tintenfischen und kleineren Kreaturen im Ozean. Ein weiterer faszinierender Fakt über Hammerhaie ist, dass sie einen besonderen Sinn haben, namens Lorenzischen Ampullen. Der ermöglicht es ihnen, elektrische Felder im Wasser zu erkennen. Dies hilft ihnen, Beute zu orten, die sich möglicherweise im Sand oder in den Felsen verstecken. Trotz ihres gefürchteten Rufes sind Hammerhaie für Menschen in der Regel kein Bedrohung. Sie bevorzugen die Jagd nach kleineren Beutetieren und greifen Menschen nur an, wenn sie sich bedroht oder provoziert fühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017